Hier geht's House Beach los, hier gibt's einen Watterfall, einen kleinen Garten, wo man bis hier laufen kann, zurecht in Polizia-Union, und hier gibt's dann verschiedene Hotels, Apartmentanlagen, 22. Straße ist der Square. Und Matthias, wie gefällt dir Miami? Mir gefällt Miami unheimlich gut, das Einzige, was hier wirklich, finde ich, ein Problem ist, ist die weite Entfernung, aber es ist in Amerika typisch, was für die hier alles um die Ecke ist, das ist für uns ein Marathon. Also von daher, ja, wir laufen jetzt hier gerade Richtung Ocean Drive und schauen uns weitere Hotels noch an.